Es ist Donnerstag, der 21. Februar 2019. Es ist jetzt kurz vor 10 Uhr abends hier, wo ich aufnehme und ihr hört den Podcast zur Berater-Affäre. Am Mikrofon ist heute für euch wieder Patrick Pehl. Ganz kurz voranstellen möchte ich eine kleine Hausmeisterei. Und zwar sehe ich in den Statistiken immer, dass es noch viele Zugriffe über unseren Webplayer gibt, also auf berateraffäre.de, da gibt es dann auf den einzelnen Episoden immer einen Webplayer. Das scheinen noch viele als Mittel der Wahl zu nutzen. Hier nur ein kleiner Hinweis dazu. Podcasts lassen sich sehr leicht verfolgen, wenn man eine App benutzt. Und zwar ist die auf Apple-Geräten bereits vorinstalliert. Sie heißt ganz schlicht und einfach Podcasts. Das Schöne dabei ist, dass sie auch noch kostenfrei ist. Auf Android gibt es Antenna-Pod. Auch die ist kostenlos, aber sie muss vorher schnell noch installiert werden über den Play Store. Egal, welche App ihr jetzt aber nutzt, einfach kurz Berater-Affäre suchen und schon habt ihr uns immer im Podcatcher. Nun aber zum Eigentlichen, nämlich zur Berater-Affäre. Auch in dieser Woche sei wieder gesagt, dass nicht viel passiert ist, denn die Sitzung des Ausschusses war wieder sehr kurz. Nach knapp 15 Minuten war eigentlich schon wieder alles vorbei und die Abgeordneten konnten zurück in ihre Büros und ins Plenum eilen. Das liegt einfach daran, dass die Abgeordneten noch in der Vorbereitungsphase für diesen Untersuchungsausschuss sind. Unterlagen anfordern, diese Unterlagen dann erst einmal ausgedruckt und mit dem Laster zum Platz der Republik, also zum Parlament gebracht werden müssen. Ganz kurz gesagt, die Arbeitsmittel sind noch nicht da. Jeder Vergleich hinkt, aber das ist in etwa so, als hätte der Tischler noch nicht das richtige Holz angeliefert bekommen, um den Schrank zu bauen. Zum anderen liegt das aber auch daran, dass die Beweisanträge noch nicht ganz zu Ende geschrieben wurden beziehungsweise noch nicht gefasst sind. Das muss nämlich irgendwie sinnvoll passieren, denn es sollen ja keine Schlupflöcher gelassen werden, weil zum Beispiel ein Wort falsch eingefügt ist. Wir wissen ja alle, wie formal juristische Sprache ist und zu Stolpersteinen führen kann. Das soll und muss natürlich hier irgendwie ausgeschlossen werden. Und naja, das dauert dann eben. Bis so ein Antrag fertig geschrieben ist. Am 21. März, also in genau einem Monat, geht es dann mit der Beweisaufnahme richtig los. Wer denn nun der erste Zeuge sein wird, das ist aber noch nicht ganz klar. Teile der Opposition wollen zunächst als Einstieg und als Grundlage den Bundesrechnungshof hören. Also kein klassischen Zeugen, den man dann wirkmächtig ins Kreuzverhör nehmen kann, sondern mehr so ein Forscher, einen Forschungsbericht vorstellen lassen oder vielleicht kann man es mit dem Wort Gutachter besser auf den Punkt bringen. Dazu kann ich hier allerdings noch nicht mehr sagen, weil diese Beratung erst in der nächsten Beratungssitzung des Ausschusses auf der Mitarbeiterebene erstmal vorbereitet werden und dann eben beschlossen werden. Was war heute in der Viertelstunde Beratungssitzung noch passiert? Der Untersuchungsausschuss hat beschlossen, dass er Akten von den Privatunternehmen anfordern will, also von Accenture und McKinsey. Das werden Vertragsdokumente sein und vielleicht auch Rechnungen und ähnliches. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, warum das jetzt erst passiert. Naja, die Antwort ist simpel. Der Untersuchungsausschuss hat zwar nahezu die gleichen Rechte, wie es ein Strafgericht hat, aber eben nur nahezu die gleichen Rechte. Accenture und McKinsey sind eben privatrechtlich organisierte Firmen. Das sind Aktiengesellschaften und die kann man eben nicht im Rahmen der Regierungskontrolle einfach so vorladen. Nee, dann kommt dazu, dass häufig Geschäftsgeheimnisse geltend gemacht werden und dadurch dann eben auf der privaten Seite Dokumente zurückgehalten werden oder in anderer Form ausgegeben werden. Das sind dann am Ende sehr formale Streitigkeiten, die da ausgefochten werden müssen. Vielleicht kurz erwähnenswert. Ein Untersuchungsausschuss hat, wie gesagt, die gleichen Rechte, wie es ein Strafgericht hat, mehr oder weniger. Er kann Zeugen laden und Sanktionen verhängen. Sanktionen verhängt der Untersuchungsausschuss zum Beispiel beim nicht erlaubten Fernbleiben oder bei einer Zeugnisverweigerung. Also wenn ich mich weigere, eine Aussage zu tätigen, obwohl ich verpflichtet bin. Der Ausschuss kann aber auch Falschaussagen sanktionieren. Sanktionieren bedeutet in diesem Zusammenhang tatsächlich ein Ordnungsgeld oder im schlimmsten Fall kann sogar eine Haft angeordnet werden. Wie dem auch sei. Erwähnenswert finde ich noch, dass die SPD eine Besonderheit in der Besetzung des Personals hat. Sie hat Haushälter und auch Verteidigungspolitiker in den Untersuchungsausschuss geschickt. So ist der junge und, wie ich finde, sehr dynamische Abgeordnete Dennis Rode. Er ist 31 Jahre alt und aus Oldenburg im Ausschuss tätig. Der macht sonst Haushaltspolitik. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass das für die kleinen Parteien gar nicht richtig möglich wäre, da sie nicht so viele Abgeordnetenplätze haben, also nicht so viele Abgeordnete entsenden können. Dennoch finde ich, dass das ein interessanter Twist ist bei dieser Sache, eben nicht nur auf die Verteidigung zu gucken, sondern vielleicht auch auf den Haushalt. Mal sehen, welche Ziele sich dabei entspinnen werden. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Auch das ist eigentlich schnell mitgeteilt. Am 14. März geht die Ausschussarbeit in Form einer nicht-öffentlichen Beratungssitzung weiter. Auch da werden wohl nur 15 Minuten in etwa Formalia besprochen werden. Die kommenden zwei Wochen werden die Mitarbeiter der Volksvertreter wohl viele Meter Aktenmaterial bekommen und das dann mit ihren Chefs, den MDBs, also den Abgeordneten selbst, gemeinsam bearbeiten. Ganz salopp gesagt, Akten fressen. Die nächsten zwei Wochen sind keine Sitzungswochen, also Arbeitswochen für das Parlament, wo man dann tatsächlich ruhig und unaufgeregt in seinen Büros vor riesigen Monitorwänden sitzt und dort Texte runterschreibt und Akten liest. Ich habe in der zurückliegenden Woche ein Gespräch mit Thomas Wiegold geführt. Thomas Wiegold ist so ein bisschen der Bundeswehrjournalist, so möchte ich es mal verkürzt und verknappt nennen. Dieses Gespräch werdet ihr hier in der nächsten Woche zu hören bekommen und was die Woche danach geschieht, ist noch nicht so ganz sicher. Vielleicht gibt es Neuigkeiten, dann werden diese natürlich hier auch irgendwie aufbereitet werden. Ansonsten wird es in zwei Wochen wohl keine neue Episode geben. Dafür dann aber wieder eine Sendung, die vermutlich auch recht kurz wird, am 14. März dieses Jahres. Bis dahin werden wir, das sind Candy Detmers und ich, Patrick Pehl, ein bisschen hinter den Kulissen arbeiten und alles so ein bisschen aufpolieren. Beispielsweise lasse ich mir von allen Abgeordneten und deren Mitarbeitern gerade erklären, worum es aus ihrer Sicht geht und ich versuche dabei ein Gespür für die jeweiligen Stoßrichtungen zu bekommen. Das sind vor allem Gespräche, die man am Rande von Terminen führt. Dabei hört man dann auch mal hier und mal da ein paar Aussagen, die nicht unmittelbar berichtet werden können, aber dennoch entscheidenden Einfluss auf die Einordnung auch hier im Podcast haben werden. Außerdem stößt man bei solchen Terminen immer wieder auf weitere interessante Themen, die in anderer Form noch weiter recherchierenswert erscheinen können und so wird dann auch hier wieder besser eingeordnet werden können, mehr erklärt werden können und die Berater-Affäre einfach besser begleitet werden können. Und das alles kostet Zeit und macht viel Arbeit. Auch deshalb nochmal hier der Hinweis auf unseren Unterstützer-Button auf der Website, einfach berateraffäre.de. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, um uns einmalig oder regelmäßig ein paar Münzen in den Hut zu werfen, vor allem aber über eine Mitgliedschaft bei Steady. Oder natürlich könnt ihr auch eine SEPA-Überweisung vornehmen und da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und so können wir dann vielleicht wenigstens die Fahrt- und Serverkosten decken. Naja, genug davon. SteadyHQ.com und berateraffäre.de dort auf den Unterstützer-Button klicken oder den Link in den Shownotes antippen. So viel von mir für heute. Folgt uns vielleicht noch auf Twitter und Instagram. Einfach at berateraffäre. Berateraffäre mit A-E. Soweit für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Am Mikrofon war heute wieder Patrick Pehl. Ihr hörtet den Podcast zur Berater-Affäre. Sorgenbetrotz.